Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. Die Unterlagen, die Sie haben, können alles verändern. Sie sind am Eingang zu meinen privaten Quartieren. Eine Rettungskapsel wartet auf Sie. Drehen Sie den Globus, um den geheimen Aufzug zu öffnen. Er bringt Sie zu meinem Notfall-Evakuierungs-U-Boot. Los! Okay. Finden und drehen Sie den Globus. Äh... Wo? Ach, du Scheiße, ey. Wo ist es weg hier? Äh... Wow! Wow! Das war's. Hä? Geh aus! Geh aus! Hä? Geh aus! Wollte ich jetzt die richtige Reihenfolge finden oder wie? Geh aus! 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 Okay, wie starte ich dieses Ding? Ja, okay. Ja, okay. Okay. Frau Archer, Frau Archer, sind die Aufzeichnungen in Sicherheit? Wie haben Sie... Schon gut. Ja, ich hab sie hier. Warum? Die Forschungsunterlagen, ich verstehe es jetzt. Sie enthalten den Schlüssel für alles. Wir können sie zurückholen. Wir können Ada zurückholen. Ja. Das war's mit Close to the Sun, würde ich wohl sagen. War Aufregend, muss ich sagen. Guck mal, wo irgendwas passiert. In der Zeit kann ich nur kurz aufs Handy lunzen. What have you done? What's in the darkest water? I'm scared to death that I won't make it out of here alive. Did somebody say... I feel we're sinking deeper with more speed the more we strive. It's not what we get for playing too close to the sun. I feel a little scared. A storm is coming. The thunder's breaking on us. Ja, anscheinend kommt nichts Neues mehr Ähm Ja Das war's Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Vor allem die Momente wo ich mich mal wieder erschrecke Ähm Es wird definitiv noch weitere Horrorgames geben auf meinem Kanal Wenn ich welche finde Und ansonsten Habe ich gerade hier drin ein Soundproblem mit dem Startscreen Geil Ähm Ja Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da Und Ich hoffe wir sehen uns zu einem neuen Let's Play Bis dahin Bleibt entspannt Genießt den Tag Und Bye 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 Untertitelung. BR 2018